Hallöchen, Hallöchen! Willkommen zurück auf meinem Kanal. Hier ist euer Berliner mit einem neuen Spiel oder sagen wir mal so, für mich ein neues Spiel, für euch ein älteres Spiel, das schauen wir jetzt rein und werden es ein paar Runden spielen oder vielleicht auch komplett durchspielen, müssen wir mal schauen und ich bin gespannt, ob ihr das Spiel schon kennt oder ob manche von euch das noch gar nicht auf dem Schirm hatten, keine Ahnung, aber ich bin schon ein bisschen neugierig, muss ich sagen, es ist das Still Wakes the Deep, das spielen wir jetzt, das ist das Spiel mit der Ölplattform, wo wir rumgeistern und erfahren müssen, was passiert ist, ich bin schon sehr neugierig, da schauen wir jetzt mal rein, die erste Folge und mal sehen, ob wir daraus eine Serie machen, ich vermute mal schon, dass wir die dann zusätzlich auch noch täglich rausbringen oder so, müssen wir mal schauen, hier guckt man den Optionen schnell noch nach, Grafik ist mir ganz wichtig, okay, ist alles an. Jetzt Verluststeuerung, okay, gut, dann fangen wir mal an, Still Wakes the Deep und willkommen. Wir haben auf Deutsch, perfekt die Sprache und auf geht's. Das ist immer noch nicht, dass du das gemacht hast. Was hast du dir dabei gedacht? Was willst du denn dort? Ich wünschte, du hättest diese Probleme nicht eingebrochen, diese Probleme nicht eindrückt, aber du hast, aber du hast, du kannst nicht ewig weglaufen. Ich weiß, dass du dabei an mich gedacht hast, aber denk bitte jetzt an uns alle. Bitte, Cass. Okay. Ich bin, ich, ich bin die Streiterei so leid. Ich will einfach nur, dass das aufhört. Ich will, dass du heimkommst. Die Mädchen wollen, dass du heimkommst, aber wenn du nicht, wenn du das nicht regelst, ist es unkündig aus mit uns. Ich liebe dich. Aber ich werde nicht ewig warten. Tschüss. Ah, er hat einen Brief bekommen. 18. Dezember 75. Mädchen haben die eine Weihnachtskarte gelöstet. Oh, fuck. Merry fucking Christmas. Okay, ich bin schon sehr neugierig. Das ist so neugierig. Okay, er soll zum Frühstück kommen. Die Grafik sieht echt nett aus. Radio benutzen. Anschauen. Das ist die Karte. Tut mir leid, Mädchen. Okay, kann ich nichts damit machen. So, vielleicht hat er doch noch was machen. Nee, da kann ich nichts machen. Nur frohe Weihnachten. Wir haben also Weihnachtszeit. Unsere Kinder wollten uns sehen. Wir sind hier an unserer Kantine. Mit Partikeln finde ich echt interessant. Sieht gut aus. Das ist der Brief, ne? Ja. Genau, das ist der Brief, den wir gerade vorgelesen haben. Wo den er vorgelesen hat. Okay, was haben wir hier? Join the Union. Okay, der sieht aus wie ein Aktivist. Ich denke, die Kabufs sind Wahnsinn. Hier ist noch ein Lärm her. Da komme ich nicht rein. Okay, wir müssen weiterlaufen. Was für ein Chaos. Ah, hier hat es reingeregen. Da ist ja das Rohr gebrochen. Aber wenn man nicht reingeregen wird, ist das Rohr gebrochen. Okay. Hier scheint überall Feuchtigkeit zu ohne Ende zu sein. Alles in Ordnung, Kez? Ich bin okay. Alles in Ordnung, Kez? Ja, alles gut. Warum bist du da oben? Dann roh ist er nicht. Hier fahren erst dann zum Bohren, aber es ist ein Schrotthaufen. Ich bin okay. 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 So, ich mache mir den Zorn ein bisschen lauter. So, und auf geht's weiter. So, also die Grafik ist ja echt hübsch, muss ich sagen, die sieht echt gut aus. Die Duschen. Das ist ein Nacki-Dai. Okay, jetzt müssen noch Menschen an Bord. Bin echt schon mordsmäßig gespannt. Werkzeugkiste, Werkzeug. Eine Dose zerschrottet, paar Bierdosen. Britische Flagge. Okay, kann ich nicht lesen. So. Ah, wie gemütlich. Süß. Mhm. Die Rollen sieht ja furchtbar aus. Tja, Bastard. So. Kurzbitteilung an. Das gesamte Personal ist in Everdeen. Das gesamte Offshore-Personal. Aufgrund der verspäteten Lieferungen durch das Bayerer Ölfeld und der laufenden Schreik-Aktionen hat der Vorstand beschlossen, für das Geschäftsjahr 75, 76 kein Weihnachtsgeld zu zahlen. Oh, Weihnachten. Ja, super. Tolle Nachrichten. Überall wird die Elt gestrichen. Okay, da geht's wo raus. Wo soll ich denn jetzt hin? Ah, hier hin. Partikel in der Luft sehen ja geil aus. Ah, okay. Wir haben eigentlich die Karte. Kantine nach unten. So, Leute. Okay. Okay. Schau. There's no escaping. There's going to be a dozen mayor rigs up here by the end of next year. Because these pricks in Westminster want their grubby hands on Scotland's oil. Christ. Know this again. The bear is already down to the bear bones. Okay, sie reden über Streik und Arbeitskampf. Okay, weil die Plattformen immer weiter runtergewirtschaftet werden, kein Nachvollziehen ist dann auch nicht mehr gerade sicher. Oh, was war das? Da soll sofort jemand zum Chef kommen. Okay, das war Billy Chamberlain of Smogon. Okay. 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 Ah, Insulin, das ist so gut. Okay, jetzt gibt es eine Menge Schmack auf was. Oh, da haben wir eine Belohnung bekommen. Toll, aber warum? Der sieht ja schick aus. Oh mein Gott. Okay. Ah, hier ist Mittagessenplan. Was gibt es hier? Okay. Poach with Lawn Sausage, also Wurstchen. Thief, okay, Frucht & Jelly. Okay. Das war's hier. Okay. Danke, danke. No great and tight spaces and it's blowing a gale out there. I'm really following the lad with confidence there. Kaz. Ah, sorry wee man. Don't worry about it. Brody's got you. Okay. Sollte sich auf sich aufpassen. Enjoying your last day, McCleary. Is that supposed to mean? You've been a naughty boy from what I've heard. Ach, Gizpice. Er gehört als war ohne zu. Irgendwann. Sein letzter Tag, meint er. Well, you're not me missed. You wouldn't have known a days grabbed if it slapped you on the face. I'd like to see you try and do my job. You wouldn't have known a spark plug for my fucking hair dryer. Ha, 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 ha. Watch your mouth, McCleary. Oh, wie sympathisch der ist. Erss mal weiter, Dicker hier. Großer. Okay, wo soll ich jetzt hin? Hm. Ah, da hin. Okay. Was ist übrig? Ah, okay, ist ein Essensrott-Ding. Was soll ich denn jetzt machen? Ah, hier ist die Bohrense, wo wir gerade sind, okay. Ah, Mr. Koch. Okay, ist nix. Machst du da anständig, mein Großer? Aha, aha, aha. Okay, wo müssen wir jetzt hin? Nein? Nee. Wo, ich geh mal ein paar Tab gucken. Tab hab ich nicht. Nen Ton habe ich auch nicht. Wo soll ich denn jetzt hin? Hm. Hab ich irgendwie was verpasst? Wo soll ich denn jetzt hin? Na gut, dann gucken wir mal, wo wir hin müssen. Geht leider nirgendwo, nirgendwo ein Marker oder ähnliches, wo wir erscheinen sollen. Ah, da ist mein Zettel. Okay, da Tournee. Da Tournee meine ich. Nicht Tournee. Okay, Bär-Tücher. Aha. Okay. Auch Sackgasse. Hm. Sehe ich hier irgendwo, wo ich hin soll? Oder? Wie sieht das aus? Kabinen. Kabinen. Mal gucken, gehen wir mal weiter runter. Kann ich gar nicht. Poolung. Da waren wir schon. Energy Wing. Okay, achso, da komm ich ja nicht hin. Hm. Boah, keine Aufgabe bekommen, ne? Hm. Was soll ich denn jetzt machen? Geht man auf die Karte und wo, wo ich hin soll? Nee. Du are here. Laundry Heliped. Ah. Was ist hier? Hier war die Küche. Oh, und es regnet. Wie komme ich da hin? Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Hm. Na, bist du immer noch am Schrauben da rum? Hm. Hier war es mir. Hm. Was soll ich hin? So, Kabinenhof-Access. Gehen wir mal zum Hof. Zum Dach. Und weh. Sehe ich nicht. Hat mir auch keiner ein Befehl gegeben, was ich machen soll, ne? Cantina Coulons. Deck. Okay, wir sind hier an der Position, da ist Exit. Wenn wir jetzt gerade ausgehen. Da geht's raus. Wo soll ich raus, ne? Wahrscheinlich muss ich mal gucken. Jo. Okay, bin ich jetzt 20 Mal vorbeigelaufen. Meine Grafik ist echt hübsch, ey. Ja, schreibt mir in die Kommentare aus. Wer kennt von euch das Spiel? Oder hat es sogar selber gespielt? Seht gut aus. Wow. Ist ja riesig. Okay, ich will vorbei, oder lass mich nicht vorbei? Okay, ich will vorbei, oder lass mich nicht vorbei? Adal. Wow. Geht schon geil aus. Wobei komme ich da nicht, sagt er wohl. Dann gehen wir hier runter. Hast du sie noch alle? Rechte Taste. Okay. Da geht es auch noch mal ein Stockgeber. Okay, man sieht auch keine Questmarker, so richtig. Ja, wie ihr sagt, teilt mir gerne was in die Kommentare rein. Lasst einen Daumen da oder ein Abo, da würde ich mich sehr darüber freuen, dass wir schnell in die tausend Follower voll haben. Okay. 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 Ich weiß, dass ich ihn schütze. Es gibt nichts. Nein, es ist noch nicht funktionierend. Gib mir einen Moment. Es gibt noch einen Moment. Ich kann mich von hier sehen. Ich liebe das. Erich, ich liebe es noch mehr. Du erzählst ihn. Ich habe ihn vorhin gesagt. Das ist alles. Okay, Roper. Was ist das Problem? Ich sehe dich hier nicht. Die Trolls sind heute Morgen. Ich habe die Crew rum, wie Blu-Ass-Fleys. Aber sie können nicht mehr ausführen. Was habe ich hinter der Regie gemacht? Oh, nicht noch. Und nicht, wenn die Gäste schreien auf uns. So mehr als immer. Wie ist das mit dem Geräusch? Du gehst da hin. Der Bossmann klingt ragen. Das klingt extrem sauer. So hört das nicht an. Na gut, dann war es das mit der ersten Folge. Ich hoffe, die hat euch trotzdem gefallen. Ich denke mal, gleich wird das Spiel Fahrt aufnehmen. Das werden wir dann in der nächsten Folge sehen. Ich wünsche euch jedenfalls einen schönen Tag heute noch. Und einen schönen Abend. Danke, dass ihr dabei wart und zugeschaut habt. Oder das Video geschaut habt. Dir einen Daumen da gelassen und ein Abo. Würde mich tierisch freuen. Und somit würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Schön mit euch. Euer Berliner. Bye, bye. Bye.